Hallo, ich heiße Chemie Forster. Mein Name ist Tanja Rutherbacher. Mein Name ist Wader Patrick und ich studiere HF Holztechnik, Vertiefung und Holzbau. Ich bin im vierten Semester, das heisst, ich absolviere das Praktikum. Ich komme aus Genf und mache das Praktikum in Bern und mache alles auf Deutsch. Ich möchte eine weibliche Führungspersönlichkeit in der Holzbaubranche werden. Ich habe nach der Lehre Berufsmatur gemacht und habe mich nach einer Infoveranstaltung hier an der Schule eingeschrieben für diesen Studiengang. Eines meiner Highlights bis jetzt hier in Biel ist sicher mal die Projektwoche, die wir hatten. Wir durften hier im Labor Prüfungen machen. Der Stag ist sehr interessant. Wir können wirklich herausfinden, wie unser Geschäft sein wird. Der Funktion der Unternehmen. Und wir können alles, was wir gelernt haben. Für mich ist vor allem der Mix interessant, den ich hier boten werde. Einerseits ist natürlich klar, sind wir Holzbauer und werden in Fächer wie Statik oder Konstruktion stark ausgebildet. Andererseits sind aber auch betriebswirtschaftliche Fächer sehr wichtig und spannend. Und ich denke, das ist nachher auch für unsere Zukunft sehr relevant. Für das Studium hier als Technikerin oder Techniker muss man sicher die Lehre als Zimmerin oder Zimmermann gemacht haben vorher. Und ich empfehle sehr fest auch, ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln. Das hilft nachher im Unterricht auch. Mein Tipp ist, öffre deinen Horizont. Gib dir alles, was du willst. Und das wird gut gehen. Ich würde aus dem Tipp weitergeben, dass man Teamplayers sein sollen. Die Freundschaften, die im Studium bestehen, sind etwas sehr Spezielles. Und gerade wenn man Probleme hat oder schwierige Aufgaben, wenn man die zusammen lösen kann und sich im Team aushelfen, macht es erstens viel mehr Spass und zweitens geht es auch viel einfacher. Zimmermann ist immer Zimmermann. Wenn du das kannst, du kannst zeichnen. Unsere Sprache ist Zeichnen, ist nicht Sprechen. Bis zum nächsten Mal.